hallo was machen sachen ja wollen wir mal ein kleines update machen zum fall unity ich hatte ja vorher schon ein video gemacht wie es ganz neu war so den ersten neuen vorschlag für ihr neues kostenmodell ich habe das für euch unten in die beschreibung verlinkt nach oben in die infobox könnt ihr es anklicken das ist jetzt ein kleines update unity war lange ruhig um das thema und jetzt am 22 9 kam halt erst mal das endgültige veränderungen für ihr kostenmodell nach dem starken feedback das es halt gab und wir wollen ein bisschen darüber reden wie gesagt unity an sich war lange zeit einfach sehr ruhig darum hat das einfach alles sacken lassen und hat dann halt am 22 9 ein neues modell vorgeschlagen und es scheint jetzt auch erstmal das aktuelle zu sein ich habe ein paar tage länger gewartet um das video zu machen einfach zu sehen ob sich noch irgendwas verändert das ist immer immer gerne mal dass was vorgeschlagen wird und dann halt alle drei tage geändert wird scheint jetzt aber so final erst mal das zu sein ist aber erst mal ein kleiner recap für die die das erste video nicht kurz gucken möchten aber ein bisschen kürzer also unity hatte die idee ab dem ersten ersten 2024 ein neues kostenmodell zu fahren indem man halt pro installation zusätzlich halt verschiedene kosten tragen muss also pro installation muss der entwickler halt einen gewissen betrag abgeben je nachdem was für eine lizenz er hat und wie viele das gedownload haben es gibt verschiedene thresholds je nachdem welche punkte erreicht werden muss man halt zwischen 20 cent bis zu einem halben cent pro download bezahlen ja und das ganze sollte wie gesagt am 1.1.24 krafttreten für alle unity version sobald du für deine lizenz beide thresholds erreicht musst du pro download zahlen kam auch später noch heraus wie das aktuell das thema war ist das noch keinem aufgefallen aber ein bisschen später kam heraus ein paar tage später kam heraus dass unity ganz still und heimlich seine t us geändert hat früher stand da tatsächlich drin das gleiche ist wie bei anwiel das halt alle updates bezüglich der t us immer nur für die neueste version gelten so unity 2023 die t us sind ganz anders wie die für 2024 die klausel haben sie komplett rausgenommen irgendwann im laufe des jahres ich habe jetzt nicht herausgefunden wann ob das zeitnah ist oder nicht auf jeden fall sie war eine zeit lang da die war ganz lange da in jeder version stand das drin und dann auf einmal blöpp ist es weg und schon kommt sowas das kam halt auch nicht gut an das ist eine sache die halt im laufe der zeit ein bisschen aufgedeckt worden ist was auch innerhalb der zeit passiert ist wo ich nicht weiß ob ich das im ersten video erwähnt habe weil es relativ zeitnah mit der ersten ankündigung war dass es unity in der morddrohung gab also da haben mitarbeiter von unity der geschäftsleitung morddrohungen geschickt oft wurde in den medien erwähnt dass es halt random leute waren es waren aber tatsächlich mitarbeiter die halt den geschäftsleuten gedroht haben das finde ich noch mal ein bisschen krasser wenn so firmen interne geschichten passieren so das war jetzt erstmal die erste zusammenfassung von der ersten ankündigung von unity was so ein bisschen drum herum passiert ist was war der ursprüngliche plan und jetzt wollen wir uns anschauen was hat sich verändert was ist jetzt halt dazu gekommen was hat sich nach und nach einfach getan das erste worüber ich sprechen möchte ist tatsächlich der fakt dass sie halt pro installation einen betrag haben möchten da gibt es jetzt drei aussagen erstmal die erste die spoiler mäßig die war nicht lange online das war eine antwort auf eine q&a ist ja wie wird das jetzt eigentlich gemacht muss der entwickler für jeden download zahlen die erste antwort die rauskam ja das muss er wir können ja nicht sehen was der endverbraucher am ende runter lädt das ist die erste antwort die gab die war ich glaube ein paar stunden online und dann war sie weg wo der setzt mit folgender missverständnis das wird nur der erste download gezählt wie genau die das machen möchten et cetera ist quelle vertraue mir bruder ist schwierig zumal sie einem ersten post gesagt haben ja keine zugriffe auf die endrechte wir können das ja gar nicht zählen die aktuellste antwort darauf ist ja ihr müsst uns das sagen gut damit kann man schon mal ein bisschen mehr arbeiten weil unity kann man nach grad nach dem ersten announcement einfach nicht vertrauen weil sie tos geändert haben wir haben einfach alles über den kopf geworfen der firma ist jetzt halt nicht sehr viel vertrauen entgegen zu bringen irgendwas richtig anzugeben zumindest sehe ich das so wie ihr das seht aber jeder der einfach so die regeln ändert der ist nicht sehr vertrauenswürdig aber das ist jetzt so eine sache okay das macht wenigstens ein bisschen mehr sinn dass der entwickler auch angibt was er hat seid immer noch quelle vertrauen mir aber immerhin wenn jemand schon mal ein spiel hochgeladen hat selbst game ist irgendeine seite sei es jetzt die sei es jetzt ich habe die zahlen immer da wie wann was gedownloadet also so not screenshots machen oft nur mal sicher gehen dass man halt eine zahl hat wie oft das dann danach noch mal gedownloadet wurde von dem user ist ja dann nicht mal euer problem ihr habt ja dann einmal diesen kauf quasi der ist ja dann quasi auch die erste installation was ich zum glück auch geändert hatte wo sie es dann auch eingesehen haben ja es ist eine idee das dann halt für alle unity version zu machen haben sie zugruder und haben gesagt okay wir machen sie jetzt nicht mehr für alle version es ist jetzt nur noch für die neueste die dann raus kam für die 2024 version da mit dieser version gelten die neuen regeln habt ihr vorige version und update die halt nicht und bleibt auf der version habt ihr das gar nicht das ist schon mal eine gute sache bin ich sehr froh drum auch wenn ich wie gesagt unity momentan nicht für vertrauenswürdig halte dass sie wieder auf die idee kommt so nach einem halben jahr denkst du ja auch facet mit ziehen die anderen auch mit rein oder holen sie nach und nach mit rein weil irgendwelche updates rauskamen was weiß ich für 2023 version haben jetzt ein neues plugin mit rein oder mir hauen neue neue systeme mit rein wir haben ein bisschen ein mit rein und dann müsst ihr das auch bezahlen weil da ist ja was neues mit drin würde ich ihnen zutrauen nach der sache die jetzt so passiert ist wie gesagt unity momentan nicht vertrauenswürdig nach der aktion ja bei den gebühren hat ja auch ein bisschen was getan zum einen haben sie speziell bei der persönlichen was geändert also die persönliche lizenz sie ist immer noch kostenlos was schön ist ich hatte tatsächlich bedenken dass sie auch kostenpflichtig wird was auch schön ist die haben den cap also du konntest die persönliche lizenz nur nutzen solange du unter 100.000 dollar bist den cap haben jetzt auf 200.000 dollar erhöht also sobald du die 200.000 dollar verdienst musst du dir eine andere lizenz holen sobald du drunter bist darfst du in der persönlichen lizenz bleiben und alle spiele die halt keine millionen dollar verdienen die bleiben halt anscheinend auch von der neuen gebührenpflicht verschont so wie es aussieht es gibt auch eine alternative zu den installations gebühren unity hat sich gedacht okay wir machen da so ein splitting wir machen entweder die installations gebühren oder du darfst sie aussuchen ob du dann halt 2,5 prozent von deinem gewinn abgibst ich weiß jetzt nicht ob das für alle lizenzen gilt ich war von der seite ein bisschen verwirrt da es halt unter der persönlichen lizenz mit drinne war habe ich ich hoffe es gilt für alle dass man sich dann entweder aussuchen sondern entweder du zahlst die installations gebühren die du uns selbst gibst oder du gibst 2,5 prozent von deinem gewinn ab den du halt auch selbst support ist also beides ist halt sehr viel fort weil unity ja auch zugegeben hatte ja wir haben ja da irgendwie gar keinen zugriff drauf das ist jetzt ein bisschen doof für uns müssen unseren kunden vertrauen ja zum glück gibt es halt webseiten die die werte angeben wenn man halt ein spiel hochlädt und verkauft steam etc egal wo man das hochlädt es gibt immer halt ein dashboard wo drauf steht ich hab das spiel so und so viel mal verkauft da kann man ja dann nachweisen und halt hat hat das auch schriftlich und kann halt beweisen ja dass so und so oft verkauft worden wie gesagt ich war ein bisschen verwirrt für welche lizenz das jetzt tatsächlich gilt vielleicht war ich einfach nur zu doof ich hoffe aber wirklich dass das für alle lizenzen gilt das entweder gesagt wird entweder du zahlst die installations gebühren oder die 2,5 prozent suchte das dann aus und steht zwar auch noch dabei ja der günstigere betrag wird abgezogen aber da du das ja selbst supporten musst darfst du dir quasi das selber aussuchen und natürlich nimmst du ja den günstigeren weil mal ganz ehrlich wer würde schon hingehen und sagen ja ich bezahle jetzt mehr wie ich eigentlich müsste ich weiß nicht das machen die wenigsten finde auch schön dass unity dann auch offen zu gibt ja ihr müsst das vielleicht doch uns selber mitteilen weil wir da keine zugriffe drauf haben über die ganzen verschiedenen installations dinge das gilt jetzt aber nur für videospiele bei apps gibt es verschiedene tools es gab kamera raus da bin ich mir nicht so sicher ich habe jetzt vieles gefunden einige entwickler für handy apps über unity haben geclaimt dass halt unity gesagt hat mir entlassen sie die ganzen fies dafür musst du unsere unity eigenen tools benutzen ich weiß aber nicht wie legit das ist deswegen habe ich das jetzt nicht so mit reingenommen ich wollte jetzt aber nicht verschweigen es gibt diese gerüchte ich persönlich kann die nicht kontrollieren weil ich davon keine ahnung habe aber sie sind draußen und ja ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben dass es halt diese gerüchte gibt wie gesagt ich kann jetzt da nichts verifizieren ich kenne mich da mit den ganzen apps entwicklungen zu wenig aus dass ich da sagen würde ja das ist so ja das ist nicht so deswegen mit vorsicht zu genießen diese claims sind draußen wie legit die sind weiß ich nicht ja und das war es auch schon ich hoffe das video hat euch gefallen lasst ein like da lasst ein kommentar da und wir sehen uns im nächsten video auf wiedersehen bis zum nächsten Mal